So, das Interview ist endlich fertig. Hier habt ihr den ersten Teil. Viel Spaß mit Success Follows Passion. Es geht um sein Coaching. Ich hatte ihn interviewt und dachte danach, wow, Mensch, das ist eigentlich der Richtige, der dich jetzt ein bisschen begleitet bei deinem Wachstum im Business. Und zwar, hier habt ihr die Punkte, worum geht es? Warum ist es so wichtig zuzuhören? Warum ist es wichtig, auch mal strukturelle Ansichten zu stören? Ganz spannend, die Ansichten von Fabian. Warum ihr euch Zeit, Geld und Fehler erspart? Und erfahrt auch, warum die falsche Kugelschreiberfarbe schon mal die falsche sein kann. Viel Spaß jetzt beim ersten Teil des Interviews. So, ihr Lieben, heute habe ich den lieben Fabian bei mir in einem Podcast eingeladen. Und Fabian, du hast auch eine ähnliche Passion, denke ich, wie ich. Also viel, die Menschen wieder beweglich zu machen, die Menschen schmerzfrei zu machen. Das konnte ich jetzt kurz erfassen, aber sag du den lieben Zuhörern, was bei dir dahinter steckt, was in deiner Arbeit steckt, in deiner täglichen Arbeit. Was ist deine Rechnung, die du verfolgt? Ja, also erstmal hallo und danke für die Einladung. Sehr gerne. Freut mich sehr. Vor allem, weil wir uns ja eigentlich so gar nicht groß kennen. Wir haben es ja jetzt sehr schnell und unkompliziert gemacht. Das mag ich auch. Finde ich super. Ja. Und vielleicht nur kurz zu mir als kleine Vorstellung. Ich bin 35 Jahre alt. Ich bin im Hauptberuf, kann man sagen, Inhaber von Fitnessstudios. Da muss man dazu sagen, gesundheitsorientierte Fitnessstudios. Das ist ja auch so ein bisschen eine Seltenheit eigentlich in Deutschland. Wir haben ein sehr hohes Schnittalter in unseren Studios von knapp 50. Das kommt halt daher, dass erst in dem Alter bei den meisten so richtig die Probleme auftauchen und auch die älteren Leute so ein bisschen mehr Bedarf dafür haben, auch eine gescheite Betreuung zu haben und halt, dass auch wirklich sich jemand kümmert. Das ist so das, was ich eigentlich, wie gesagt, im Hauptberuf mache. Ich mache da in dieser Tätigkeit eigentlich leider nur noch Infogespräche. Also so der Erstkontakt mit den Leuten, wo ich denen halt versuche, mal so zu erklären, was ist eigentlich unser Konzept. Ja. Und daraus hat sich eigentlich dann ergeben, dass viele Leute sagen, ja Fabian, ich würde doch aber auch jetzt gerne mehr mit dir machen. Und dann sage ich halt, ja gut, mein begrenzender Faktor ist die Zeit. Ich war bis vor zwei Jahren in Pirmasens in unserem Studio, bin dann komplett da rausgerissen. Vor zwei, vor fünf Jahren sind es schon mittlerweile, sorry. Bin da komplett rausgerissen worden, bin eigentlich von den ganzen Mitgliedern auch weggekommen und habe dann überlegt, okay, wie kann ich mit denen in Kontakt bleiben, mit denen in Kontakt bleiben, die jetzt auch bei mir so ein Infogespräch machen. Und dadurch kam eigentlich, ja, wie soll man sagen, so aus Zufall die Thematik mit dem Online-Kram, was ich da mache. Weil ich gesagt habe, okay, darüber kann jeder konsumieren, was ich so mache, zu jeder Uhrzeit von egal wo und kann sich das Ganze mal anschauen. Und dann habe ich halt angefangen, genau mit dem, was du jetzt gesagt hast, mich mit dem Thema Schmerzen und auch so ein bisschen Ernährung auseinanderzusetzen, also in dem Umfeld dann, weil das einfach so die Themen sind, die jeden beschäftigen. Und daraus hat sich jetzt ergeben, weil ich immer schon so verstehen wollte, wie ein Mensch funktioniert, dass ich irgendwann gedacht habe, okay, ich weiß jetzt, denke ich, wie ein Mensch funktioniert, aber der Mensch ist auch immer nur interessant in seinem Umfeld. Insofern wäre es auch mal interessant zu wissen, wie wirkt denn das Ganze dann damit ein. Und jetzt habe ich mich quasi so seit zwei Jahren voll in das ganzheitliche Life-Coaching rein manövriert, auch wieder, wenn man das so sagen will, zufällig und habe da jetzt Kunden von überall, mit denen ich regelmäßig Termine ausmache, sowohl zu dem Thema Schmerzen als auch Ernährung, traditionelle asiatische Medizin, also alles Mögliche. Toll. Und wie kann man sich das vorstellen, so ein Life-Coaching? Du kannst jetzt nicht irgendwie nadeln durch den Bildschirm schießen. Also ja, wenn du sagst chinesische Medizin, wie machst du das? Also das ist ja perfekt jetzt in der Corona-Zeit, das ist ja dann auch für unseren Berufsbereich eine Unabhängigkeit, die man... Ja, ich wohne mal ein bisschen aus. Also die Arten reden ja immer viel von Yin und Yang. In Deutschland ist das sehr, sehr wenig verbreitet. Das ist immer so dieses Schwarz-Weiß, Mann-Frau, Tag-Nacht und so Kram. Dieser Yang-Sektor steht immer für Aktivität, für Umwandlung und Transport. Also immer eigentlich für das, wie unsere ganze Zeit ist. Ja, dieses klassische Höher, schneller, weiter und wir müssen machen, machen, machen. Und die Chinesen haben schon länger gesagt, dass das irgendwann zum Problem werden könnte. Dieses immer noch mehr machen und so. Und auch meiner Meinung nach war Corona die Notbremse der Welt, der Natur, wo wir unseren Yin-Part oder den Yin-Hebel vorgeschoben bekommen haben, um mal wieder in die Ruhe reinzukommen. Und da haben die Leute dann gemerkt, im ersten Moment, ach Gott, ich kann ja gar nichts mit mir selbst anfangen. Im zweiten Moment, ach, es ist doch irgendwie ganz angenehm. Und im dritten Moment dann, als sie wieder in den Beruf reingekommen sind, haben sie dann gemerkt, hm, eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf. Ich will eigentlich was ganz anderes machen. Und dadurch ist das eigentlich entstanden, dass dann Leute zu mir kommen und sagen, Fabian, ich habe irgendwie das Gefühl, du kannst mir helfen. Ja. Und was mache ich dann da? Es ist eigentlich so, dass ich sowohl, wenn die vor Ort sind bei mir, körperlich was bewirken kann. Aber ich habe einfach mit der Zeit gemerkt, dass der Riesenfaktor einfach der Geist ist. Und es gibt funktionelle Dinge, die ich auch über Faszientraining und so einfach im Körper beheben kann, sage ich mal. Aber wenn der Impuls und der schlechte Impuls vom Kopf immer wieder ausgeht, dann ist das so ein Hamsterrad. Ja, ich löse Faszien und bin aber in meinem Kopf einfach angespannt. Ich habe Gedanken, die mich permanent anspannen. Und dann kann ich immer wieder nur anspannen, lösen, anspannen, lösen. Und ich bin immer schon ein Typ, der versucht, sehr präzise, bleibt man mal bei dieser Nadel, diese virtuelle Nadel zu setzen und zu sagen, so, du bist die Person und ich gebe dir das Wissen zum richtigen Zeitpunkt an die richtige Stelle, sage ich mal, und dann kommst du in die Umsetzung. Und das ist eigentlich das, was ich dann mache. Also ganz einfach formuliere das. Da könnte ich dir natürlich jetzt noch drei Stunden drüber erzählen. Ja, aber sehr spannend. Und wie schaffst du das, Wildfremde zu erfassen? Und ja, also wie viel Zeit nimmst du dir da, ja, wie viel Zeit nimmst du dir mit den Menschen? Und du musst sie erst mal erfassen irgendwie, um rauszufinden, wo ist genau denen ihr Knackpunkt, oder? Oder dieser Mentale, vor allem, wie du es jetzt gerade angesprochen hast. Ja, ja. Das kommt eigentlich durch diese asiatische Medizin. Also ich habe ja selbst, die Chinesen nennen das ja gern so, ich benutze den Begriff weniger oft, aber ich habe ja selbst so einen Meister, sage ich mal, von dem ich lerne. Und die Chinesen sagen ja auch, es ist immer sehr schwierig für einen Schüler, einen Meister zu finden, aber es ist noch viel schwieriger für einen Meister, einen Schüler zu finden. Und deshalb bin ich froh, dass ich zu dem gekommen bin und habe dann natürlich dieses Verständnis für diese asiatische Medizin mitbekommen, kombiniert mit dem generellen Interesse, aber ich glaube, das ist einfach die Grundvoraussetzung auch, also für alle im Gesundheitsbereich, mit dem generellen Interesse an dem Menschen und an der Tatsache, dass ich Leuten helfen will, komme ich da halt relativ schnell in die Person rein, weil du in der asiatischen Medizin auch unterschiedliche Chronotypen hast. Das heißt, ich sehe meistens schon an Bewegungen, an Worten, an allem Möglichen, und das ist eigentlich anfangs eher so, dass ich aufpassen muss, was ich sage, weil das für manche auch sehr überfordernd ist, wenn ich dann so Sachen sage und die dann merken, okay, der weiß glaube ich doch ein bisschen mehr über mich, als mir das vielleicht sogar lieb ist im ersten Moment. Aber so muss ich sagen, ja, dieses einfach zuhören ist auch so ein Thema, ja, also mal hinschauen, wer sitzt denn da und was erzählt der mir denn? Und nicht immer nur so dieses hören, was der sagt, sondern halt wirklich auch mal zuhören und sagen und da zwischen den Zeilen lesen und sagen, okay, was will der mir denn da eigentlich mit sagen? Ja, das ist ja dann oft so ein bisschen ein versteckter Hilferuf, wo die Leute sagen, die sind ja nicht umsonst bei mir, ja, die sitzen ja nicht da, weil sie gerade nichts anderes zu tun haben, sondern die haben halt Probleme, das wollen sie beheben. Ja. Absolut. Ja, spannend. Klingt sehr, sehr spannend und dann erarbeitest du, kann man sich das vorstellen, du arbeitest dann ein Konzept, wenn du mit den Menschen nicht vor Ort arbeiten kannst, triffst du dich mit denen, triffst du dich mit den regelmäßigen Abständen und coacht die? Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ich bin so jemand, ich, also die Thematik, ein Konzept für die zu machen, würde sie genau da abholen, wo ich sie nicht abholen will. Weil die meisten Menschen sind so Verstandsmenschen und die kommen zu mir, die sind gewohnt, dass sie sagen, okay, ich bezahle jetzt Betrag x und jetzt machen wir Fabian jeden Dienstag 18.30. So, ja, weil die das kennen und sind dadurch aber so extrem im Verstand gefangen, dass sie einfach auch intuitiv nicht mehr handeln können. Und deshalb gehe ich hin, auch in meinen Coaching-Verträgen ist das so, dass ich sage, wir machen zwischen einem und vier Termine, wie und wie lange und überhaupt wir das Ganze machen, ist mein Thema, weil ich da irgendwo schon auch grundsätzlich Strukturen stören will. Ich will nicht, dass die eine Erwartungshaltung aufbauen und sagen, so, jetzt müssen wir das aber so, so und so machen, ne, müssen wir nicht, weil genau da will ich dich ja rauskriegen. Aus diesem extrem strukturierten Denken, das können die Deutschen ja und das müssen sie sich nicht beweisen. Es geht einfach darum, die mal da rauszuholen und zu sagen, okay, wir machen jetzt mal was anderes. Aber um deine Frage trotzdem zu beantworten, natürlich habe ich ein Portfolio an Themen. Ich sage da immer, es sind ungefähr, sag ich mal, 80 Themen, die ich behandle. Das sind Dinge aus der asiatischen Medizin, das sind Werte, das sind Glaubenssätze, da geht es um Visualisierung, da geht es um Zentrierung, da geht es auch um Atmung, um Bewegung, um Ernährung, also alles Mögliche. Und ich gehe hin und ziehe mir, so kann man sagen, immer spontan das Thema raus, wo ich sage, das passt für die Person gerade in diesem Moment. Also einfaches Beispiel, ich hatte gestern eine Kundin, mit der wollte ich eigentlich anfangen, das war der erste Termin und es ging eigentlich darum, mal zu sagen, okay, lass uns mal visualisieren, wo willst du denn eigentlich hin? Und dann habe ich gemerkt, dass die ein Riesenproblem damit hat, sich überhaupt zu strukturieren. Also irgendwie, die hat einfach, das kennt man ja, die hat zu wenig Tag für das, was sie alles machen will. Und dann haben wir das komplett geswitcht. Ich habe gesagt, pass auf, eigentlich wollte ich das machen. Jetzt machen wir mal generell, wie erstelle ich mir zum Beispiel eine To-Do-Liste? Das ist dann wieder so ganz irdischer Kram, ja, im Verhältnis zu diesem Spirituellen, sage ich mal. Aber dann haben wir halt damit angefangen. Wir haben gesagt, okay, machen wir es mal so. Und das ist auch was, was ich versuche, den Leuten so zu transportieren, dass sie ohne Druck, ohne Stress, ohne Erwartungshaltung zu mir in den Termin kommen. Das soll denen Spaß machen, das soll mir Spaß machen, das soll eine schöne Zeit sein, das soll für die vielleicht so ein bisschen auch Urlaub sein und nicht so, ich habe jetzt meinen 34. Termin am Tag mit Fabian und den hake ich jetzt noch ab und dann bin ich fertig. Sondern ich will, dass das Spaß macht und dass wir uns da einfach austauschen und das gut läuft zusammen. Das heißt, es ist für dich auch immer spontan und individuell in dem Moment. also du so von deinen Posts her und so auf den Social Kanälen und so habe ich eben auch schon das Gefühl genau, dass du es anders machen willst wie andere, auch so dieses Provokative vielleicht und so und aber trotzdem guckst du da in dem Moment bist du dann mit der Person und ja, lässt dich dann voll auf die ein. Ja. Das ist ja auch wieder dieser Punkt, wo ich diesen Verstands- und Intuitionsvergleich bringe. Ich muss ja den Menschen, der sehr verstand gesteuert ist, irgendwie auch abholen. So, wenn ich jetzt anfange, irgendwelche abgefahrenen Dinge zu posten, dann versteht man das im ersten Moment nicht. Das ist dann irgendwie so weit weg, dass man denkt, was ist denn das für ein Spinner? Und deshalb mache ich das genauso, dass ich da schon irgendwo zwei Welten habe. Meine Posts sind auch ausgelegt auf Rücken, auf Ernährung, auf alles Mögliche. Die gehen nie so in die Tiefe, weil auch nicht jeder das genau so haben will. Und da hole ich aber die Leute da ab, wo das Problem ist. Also ich mache den ganzen Kram ja jetzt schon seit 15 Jahren. Das heißt, ich weiß, was Menschen auch für Probleme haben, was die so für Fragen haben. Und diese Fragen versuche ich im ersten Moment auf der obersten Ebene abzuholen. Das heißt, ich beantworte denen das, was sie gerne wissen würden. Die meisten Sachen, die sie gerne wissen würden, wissen sie noch gar nicht, dass sie sie gerne wissen würden. Ja, so blöd formuliert. Das ist einfach, ich will ja mit denen an den Kern irgendwann und dafür muss ich aber ja oben so ein bisschen selektieren. Manch einer sagt, oh, interessant, super, da kriege ich drei Rückenübungen, die sind für mich toll und die mache ich. Und ein anderer sagt, die Rückenübungen sind zwar super, aber irgendwie der Rest interessiert mich schon auch. Und so kommen die dann halt immer ein bisschen weiter zu dem Kern und sagen dann irgendwann, ey Fabian, lass uns doch mal da zusammenarbeiten. Ja, spannend. Und wie bist du, Fabian, dazu gekommen? Also was hat dich da hingeführt und hast du sowas, so eine Gabe irgendwie in der Kindheit schon bemerkt oder in der Jugend oder die Leute zu erfassen? Es ist ja eine Gabe, würde ich sagen. Du hast ja jetzt nicht alle Berufe, du hast jetzt nicht Psychologen, Psychotherapie, Ausbildung und da wagt man sich ja auch ganz schön vor, oder? Das ist eine interessante Frage. Also natürlich irgendwann habe ich mich mal gefragt, was kann ich denn besser als alle anderen? Und dann habe ich überlegt. Das ist ja eigentlich so das Problem oftmals, dann überlegt man mal so, was kann ich denn tatsächlich besser als alle anderen? Und ich habe immer schon gemerkt, dass ich eigentlich Leute ganz gut von meiner Meinung, ich will nicht sagen überzeugen kann, aber meine Meinung rüberbringen kann und sie dadurch in die Umsetzung bekomme. So und dadurch kam das eigentlich, muss ich sagen, dann zustande, dass sich das so ergeben hat. Also ich bin ja der Meinung, das ist jetzt für manchen fremd, für manchen sowas, was er schon mal gehört hat, aber ich bin der Meinung, es gibt keine Zufälle. Also ein Zufall ist für mich immer nur eine Wirkung, deren Ursache ich nicht kenne. Und ich habe für mich irgendwann diese Ursache gesetzt, dass ich sage, okay, ich habe mein Fernziel, wo will ich jetzt in fünf Jahren stehen? Das habe ich mir vor fünf Jahren überlegt. Und ja, dann kann man sagen, zufällig entwickelt sich das jetzt auch genau dahin. Oder man kann sagen, es ist ja genau das, was ich eigentlich machen wollte. ein bisschen schwer, schwer das konkret zu sagen, weil alles, wenn ich jetzt sage, was weiß ich. So, eine kleine Unterbrechung. Wer jetzt schon richtig Lust hat, sich von Fabian coachen zu lassen, der gibt bei der Kontaktaufnahme das Code-Word Fast in Hamburg ein. Und ja, ihr ergattert euch einen 50-Euro-Gutschein. Wow! lasst euch doch inspirieren und ja, nehmt unbedingt Kontakt zu Fabian auf. Viel Spaß weiterhin jetzt beim Interview. Ich kann das und kann das. Das hört sich immer so geschwollen an. Das ist Blödsinn. Ich glaube nicht, dass jetzt ich ein Psychotherapeut oder sonst was sein muss, um Leuten zu helfen. Das ist ja in der Medizin auch so. Viele Leute sagen da ja, wer hilft, hat recht. Ja. Und insofern brauche ich nicht irgendeinen Titel und sonst was. Ich habe jetzt am Sonntag zum Beispiel auch einen Workshop zum Thema Easy Living und in Deutschland ist es ja so, dass du dann am Anfang immer erst mal, wenn du eine Präsentation machst, dann musst du dich erst mal selbst vorbeiräuchern und sagen, was du alles kannst. So, ich bin der und der, ich habe das alles Tolles gelernt, ich mache das und so, damit dir überhaupt irgendeiner mal was glaubt. Und ich sage bei meinem Workshop eigentlich nur meinen Namen und sage auch, darunter steht das direkt in der Zeile, bitte tu mir einen Gefallen und glaub mir kein Wort. Aber gib mir die Chance, deine Gedanken so ein bisschen zu verändern, lass nicht das Ego dazwischen reinhauen, sondern gib mir einfach die Chance, dass du da was für dich mitnimmst und dann kannst du hinterher sagen, war gut oder war schlecht und so, genau, ja. Das ist so ein bisschen das Problem, die Deutschen wollen immer irgendwie eine Qualifikation, was hast du eigentlich gelernt? Darf ich kurz, Fabian, dazwischen mal fragen, warst du länger im Ausland, wenn du das so betonst, immer mit, also ich weiß, ich gebe dir da recht, ich bin auch nicht so eine typisch Deutsche, ich habe iranische Wurzeln, aber warst du länger irgendwie im Asien-Raum? Ne, es geht darum, also auch ein Thema in meinem Workshop, dieses, um diese Matrix, um die uns bestimmende Matrix, die uns sagt, wie wir zu sein haben. Da geht es nicht um Deutschland, aber ich sage immer wieder Deutschland, weil das ist ja das, was wir kennen, ja. In Deutschland ist es so, du hast gefälligst, morgens um sechs aufzustehen, wenn du um acht aufstehst, dann bist du schon ein Faulenzer. So, dann musst du natürlich immer morgens frühstücken, weil wenn du nichts gefrühstückt hast, dann bist du nicht leistungsfähig. Um halb zehn musst du ein Knoppers essen, weil das haben wir so gelernt, um zwölf ist Mittagspause, da wird was gegessen, ob du Hunger hast oder nicht. Und, ja, und dann sonntagsabend zum Viertel nach acht kommt Tatort. Und ich will die Leute einfach dafür sensibilisieren, zu sagen, okay, das ist meine Matrix, die erkenne ich gerade, aber ist das auch das, was ich gerne hätte? Ja. Ja. Will ich das oder will ich es nicht? Und wenn ich es nicht will, wie kann ich es denn verändern? Dazu gehört natürlich immer so ein bisschen auch ein Mut, weil dann heißt es ja wieder, ja, was sollen die Leute von mir denken? Ja. Und da bringe ich immer dieses Beispiel von dem Freitag. Also, ich arbeite jetzt seit 15 Jahren in der Fitnessbranche und habe niemals fest fest freitags gearbeitet, weil ich immer gesagt habe, Freitag heißt nicht umsonst Freitag. So, und jetzt, und das in Deutschland gibt es so den anderen. Genau, das habe ich, das habe ich durchgezogen und jetzt diese Termine, wenn wir jetzt telefonieren oder ein Zoom-Meeting machen, dann mache ich das sehr, sehr bewusst, weil ich einfach auch Spaß dran habe und das jetzt einfach machen wollte, ja, und andere Termine, wenn ich sage, nee, freitags ist für mich Freitag, dann mache ich vielleicht morgens einen Termin oder mache gar keinen Termin und dann, ich meine, ich habe jetzt am Sonntag auch wieder einen Workshop, ja, das heißt, da arbeite ich ja auch, es ist ja nicht so, dass ich da nichts mache, aber, ja, das hat sich so eingebürgert und dann, wie gesagt, dann kann man sagen, ja, der Typ spinnt, das funktioniert nicht und das ist halt so diese sich selbsterfüllende Prophezeiung, wenn ich sage, das klappt nicht, dann klappt es halt auch nicht. Und ich nehme mal an, du hast da auch, du hast ja vorhin von dem Meister gesprochen, hast du, hast da auch, sage ich mal, um diese Persönlichkeit zu erlangen, was du jetzt bist oder was du, was du so aus dir machst und immer mehr die, ja, neue Erfahrungen, die dann auch dazukommen, dass du da regelmäßig irgendwie so Mentoring oder Coaching so für dich persönlich auch machst? Auf jeden Fall, das ist auch was, wenn ich, wenn ich das irgendjemandem, oder wenn ich jemandem einen Tipp geben kann, würde ich immer dazu raten, sich jemanden zu suchen, der in irgendeinem Bereich, in dem man gerne erfolgreich wäre und das ist, ich meine erfolgreich nicht im Sinne von, ich muss viel Geld haben, sondern das kann ja auch eine glückliche Beziehung sein oder sonst irgendwas, dass man sich da jemanden sucht, der schon da ist, wo man gerne hin würde. Und ich sage das auch immer meinen Coaching-Teilnehmern, das, was ihr bei mir spart, ist Zeit, Geld und Fehler. Ja, weil, ich meine, du wirst das wahrscheinlich kennen, bei mir ist es auch so, ich habe jetzt, ich beschäftige mich jetzt seit 15 Jahren mit dem Thema. Ich weiß nicht, wie viele Bücher ich gelesen habe, wie viele Workshops ich gemacht habe, wie viele Gespräche ich geführt habe, ja, und ich wäre im Nachgang froh gewesen, wenn ich irgendwie einen gehabt hätte, der mir gesagt hätte, Fabian, pass mal auf, mach es doch so und so. Ob ich dann so schlau gewesen wäre, um das anzunehmen, ohne dann nochmal zu hinterfragen, ist nochmal ein anderes Thema, aber definitiv würde ich das jedem empfehlen und dann sagen die Leute halt, ja, warum spare ich da jetzt Geld? Ich gebe doch Geld dafür aus. Aber das ist auch eine Erfahrung aus meinen Coachings, jeder holt im Nachgang ein Vielfaches davon wieder raus, von dem, was er investiert hat. Immer. Und das ist sowas, wo ich dann sage, also ich kann auch gar nicht sagen, wie viele Tausende Euro ich schon investiert habe in irgendwelche Bücher, man sieht das jetzt nicht, weil meine Bücher auf der anderen Seite des Büros stehen, aber wie gesagt, Workshops, Wochenendseminare, was weiß ich was. Und ich finde auch, das ist auch sowas, was man sich beibehalten sollte. Ich glaube, das Problem fängt dann an, wenn du denkst, irgendwie alles zu wissen. Ja. Dann fängt es an, irgendwie problematisch zu werden. Stimmt. Dann hebt man dann so ein bisschen, schwebt man schon. Ja. Man ist halt nicht mehr in dem Wachstum. Das ist halt der Punkt. In meinem Workshop sage ich auch immer wieder, wir haben als Menschen zwei Zustände. Also generell in der Natur zwei Zustände. Auch bei Pflanzen so. Entweder es wächst oder es ist tot. Mhm. Ja. Und in dem Moment, wo ich aufhöre zu wachsen, bin ich tot. Mhm. Ja. Und könntest du jetzt aus dem Stehgreif sagen, der Mentor oder, also gibt es da jemanden Bekanntes irgendwie aus der Persönlichkeitsentwicklungsszene, wo du auch irgendwie mal gebucht hast, dich gecoacht hast? Wie zu sagen. Also, das hat sich alles gewandelt. Am Anfang war ich so, dieser Typ, der auf dem Young-Sektor da geritten ist und gesagt hat, boah, diese ganzen Motivationscoaches, das ist eine super Sache, ja. Und dann habe ich da alles Mögliche gemacht. Ich war bei Dirk Kreuter, bei Christian Bischof, also bei den ganzen Deutschen. Also bei allen, ja. Irgendwann habe ich dann gemerkt, nee, das ist es nicht. Also das ist nicht mein Problem. Der Typ, also mit diesem chinesischen Hintergrundwissen, der Typ Mensch, der ich bin, der braucht keine Motivation, der ist motiviert, ja. Der braucht eine Erdung, der braucht einen Rückhalt, sodass er oben ein bisschen turnen kann und unten gehalten ist. Und dann habe ich da komplett umgeswitcht und bin dann in die andere Richtung. Und, ja, wen könnte man da erwähnen? Da muss ich echt überlegen. Wen ich gerne dieses Jahr gesehen hätte, wäre Tony Robbins gewesen, der wäre nach Birmingham gekommen im Mai. Ich bin der Meinung, dass der der Vorreiter von allen jetzt in Deutschland ist. Irgendwie alle erzählen sie das, was der erzählt. Ja, in abgenommener Form. Und, ähm. Und das ist ja auch Hammer, wenn man mal seine Show gesehen hat, irgendwelche Aufzeichnungen oder den Film da über ihn, ja, ja, ja. Wie der da in der kurzen, also auch wie der da in der Zeit die Leute erfasst, schon eine Gabe, würde ich sagen. Das ist genau der Punkt. Das ist, es ist nicht, der ist nicht so dieser, ich muss immer mit Zwang und Gas geben und was weiß ich was, sondern der merkt, wie ist der Mensch und holt den Mensch da ab, wo er steht und sagt nicht, du musst dir vorstellen, es gibt ja Leute, die sind so, die Chinesen sagen so Nilpferde, ja, die sind einfach so lethargisch, kann man sagen, die haben überhaupt auf gar nichts Bock. Ja. Die wirst du nur über so ein Motivationscoaching nicht abholen. Die sagen dann, ja, schön, dass der da jetzt rumturnt und, äh, aber das hat doch mit mir nichts zu tun. Und so gibt es halt einfach so viele unterschiedliche Leute, das ist einfach das Thema. Viele haben ihre, ihre feste Struktur, da sind wir wieder bei dem Thema, ja, wo die sagen, so läuft's und der Mensch, der hat sich gefälligst da auf die Gleise zu setzen und mit der Schiene zu fahren. Aber es ist einfach anders. Es ist, jeder Mensch ist unterschiedlich und es gibt nicht dieses Allheilmittel, ja, und das ist so, ja, deshalb fällt es mir auch schwer, jetzt irgendeinen zu sagen, wo ich sage, der ist es, ne, einen Empfehlung. Kennst du Bruce Lipson? Sag dir Bruce Lipson was? Sag mir mal ein Buch. Natürliche, die, ähm, Intelligenz, also über die natürliche Intelligenz heißt, glaube ich, ein Buch und, ja, also da geht es halt eben darum, über die Epigenetik, eben auch, das, was du bist, bist du eigentlich nicht. es ist dein, dein Geist kann deine DNA verändern, so. Ja. Das ist ganz spannend, finde ich. Den habe ich live gesehen. Habe ich mir gerade aufgeschrieben, ja. Werde ich auf jeden Fall mal schauen, ne, sagt mir nichts. Bruce Lipson ist der Hammer und dann, ja, natürlich, hier von Gespräche mit Gott, ne, finde ich auch sehr, sehr cool, habe ich auch live gesehen. Ja. Habe ich auch drei, drei Bände, ja. Ja, genau. Genau, ich gucke gerade, habe ich auch drei Bände, ja. Wie gesagt, also von, von Drunkloin habe ich nicht viel gelesen, ich habe, ich habe sowieso, denke ich, sehr, sehr viel gelesen, aber irgendwann ist auch dann der Punkt, das sage ich auch zu meinen Coaching-Teilnehmern, wo es dann auch gut ist. Das ist dann so, die Leute wollen immer noch mehr verstehen und noch mehr und noch mehr und noch mehr und wenn die dann bei mir sind, dann sage ich, pass mal auf, tu mir einen Gefallen und höre jetzt mal in der Zeit, wo wir zusammenarbeiten, auf mit dem ganzen anderen Kram, weil das macht dich nur durcheinander. Das ist natürlich schon auch eine Vertrauenssache, dass die dann sagen, okay, Fabian, ich lasse mich da auf dich ein, aber die werden, auch um in dem Chinesischen zu bleiben, noch windiger, als es sowieso schon sind. Ja, die, die, die fangen dann an, ich bringe immer das Beispiel, ich gebe denen im übertragenen Sinne, ja, ich gebe denen einen Kuli und sage, so, hier ist ein schwarzer Kuli, jetzt gehst du bitte hin und schreibst einen, einen Monat nur noch mit dem schwarzen Kuli, ja, mein klassischer Kunde, der geht dann hin und sagt, okay, da geht er die Tür raus und dann, und so erkläre ich das denen auch, dann sagt er, dann gibt er bei Google ein, schwarzer Kuli, Erfolg, zum Beispiel, zum Beispiel, was weiß ich, bei Rückenschmerzen, ja, dann sage ich, wenn du mit dem Kuli schreibst, gehen deine Rückenschmerzen weg, dann macht der alles klar, schwarzer Kuli, Erfolg, Rückenschmerzen, schwarzer Kuli, Rückenschmerzen, Alternative, so, dann kommt er nach vier Wochen wieder, dann sage ich, und, wie war es? Ja, Fabian, war gut, ich habe mit dem schwarzen Kuli jetzt geschrieben, ich habe jetzt aber auch gemerkt, wenn ich, jetzt habe ich leider nur noch einen schwarzen, wenn ich, das habe ich bei Google nämlich gelesen, wenn ich mit dem grünen Kuli schreibe, dann wird es sogar noch besser, und dann sage ich, okay, dann müssen wir jetzt noch mal vier Wochen machen, ja, das ist so dieser asiatische Ansatz, dass man dann versteht, okay, wie ist denn der Typ, die fangen dann halt an, anstatt einfach das, was schon fertig ist, zu nehmen, fangen sie an, ja, nee, aber es müsste ja noch irgendwie besser gehen, das ist so der klassische Mensch, man versucht immer, irgendwas noch besser zu machen, weil man nie zufrieden ist. Ja. Ja. Also Alternativen dann zu suchen. Ja, klar, weil man immer, weil man immer noch, noch mehr will, man will immer noch, anstatt einfach das einfache zu machen, ja, macht man sich es kompliziert. Das ist mit dem Körper ja genauso, ja, du gibst, gibst den Leuten, vielleicht bei dir ja auch, du gibst denen eben eine Übung, und sagst du, die mit der Übung, ja, da bin ich fest davon überzeugt, du gibst das denen auch mit einer Energie mit, dass du sagst, wenn du die Übung machst, dann ist, dann wird das besser. Mhm. Und anstatt einfach zu sagen, ich mache die Übung, dann überlegen sie sich, hm, was könnte ich noch machen? Da kommen sie vier Wochen später, und dann sagst du, und hast du die Übung gemacht? Ja, ich habe mir noch drei andere gesucht. So, das Problem ist, dann haben sie noch drei andere Übungen. Standard, ja. Ja, dann haben sie drei andere Übungen. Und deine haben sie vernachlässigt und machen sie gar nicht mehr. Genau, genau. Und dann führt das dazu, dass, weil sie jetzt vier Übungen haben und das zu viel Zeitaufwand ist, dass es dann halt gar nicht machen. Ja. Und dann sage ich, ja gut, das ist natürlich dann jetzt problematisch. Aber genau das ist das Thema. Ich meine, du musst ja jetzt selber lachen, weil das ist das Thema des Trainers. Richtig, ja. Ich will mich jetzt nicht als Trainer bezeichnen, aber das ist so, ich habe ja jetzt auch lange mit Leuten 1 zu 1 Termine in Sachen Training gemacht und das ist immer das Gleiche. Ja. Ja, wie du das sagst, das Windige, also ich meine, das ist natürlich auch ein bisschen gewollt von unserer Gesellschaft, von unserem System. Eben immer wieder die gleichen Sachen zu hören und jetzt gerade in der aktuellen Zeit, damit wir dann auch schön eben, ja, gewisse Ängste dann auch verbreiten oder dann da auch so drin bleiben. Also damit wir eben so handeln, wie es von uns gewollt ist. Da haben wir es wieder in unserem deutschen System und in anderen Ländern hundertprozentig auch. Ja, ja, klar. Man muss ja auch gucken, wenn man mal überlegt, worauf das Ganze alles entstanden ist und wie war es früher und noch härtere Zeiten oder so. Genau. Ja, im Endeffekt ist es ja so, eine harte Zeit. Wow, was wir jetzt schon erfahren haben hier im ersten Teil unseres Interviews. Bleib auf jeden Fall dran, denn du kannst gespannt sein. Denn im zweiten Teil werdet ihr noch ganz, ganz viel erfahren, was eigentlich Fabian so erfolgreich macht oder was sein Erfolgsrezept ist. Ja, lest dazu einfach den Text, worum es geht und ich freue mich wie immer dann über unter den Posts auf Instagram, nasrinschneider, euer Kommentar zu lesen und danke auch für die Bewertung. Und danke auch für die Bewertung.